Borg Ternitz – eine Schule, drei Zweige in vier Jahren zur Reifeprüfung. Das Borg ist kreativ. Unser Polyästhetik-Zweig umfasst eine ganzheitlich musisch-kreative Ausbildung, zusammengesetzt aus den Fächern Polyästhetik Musik, Tanz und Theater sowie bildnerischer Erziehung und Werkunterricht. In diesen Fächern werden die künstlerisch-kreativen Begabungen unserer Schülerinnen und Schüler gefördert. Fächerübergreifende Projekte, Aufführungen und Workshops bieten, neben dem Theorie- und praxisgestützten Unterricht, die Möglichkeit zur kreativen Entfaltung auf allen Ebenen. Am Borg Ternitz bekommst du alles, was man braucht, um mit der Kunst ein Leben lang verbunden zu bleiben. Das Borg ist naturwissenschaftlich. Unser Navi-Zweig bringt dich in die geheimnisvolle Welt der Naturwissenschaften und der Computer. Wenn du in die Welt der Physik, Chemie, Biologie, Informatik und darstellenden Geometrie vordringen möchtest, dann bist du bei uns richtig. Speziell durch Experimente, biologische Übungen, darstellende Geometrie oder Videoschnitt am PC und unser naturwissenschaftliches Labor bieten wir euch praktisches Arbeiten und dies trifft bei uns auf fundierte Theorie. Am Borg Ternitz bekommst du alles, was man braucht, um in unserer technologisierten Welt zu bestehen und die Naturwissenschaften zu verstehen. Das Borg ist sportlich. Sport ist deine Leidenschaft? Du möchtest neue Sportarten kennenlernen und dich sportlich verbessern? Ob du dich im Wettkampf mit anderen messen möchtest, die Organisation eines Sportevents übernehmen willst oder die Grundlagen für Trainingsplanung und Ernährung kennenlernen möchtest, dann bist du im Sportzweig des Borg Ternitz gut aufgehoben. Am Borg Ternitz bekommst du alles, was man braucht, um den Sport aktiv in dein Leben einzubinden. Aktuelle Informationen findest du auf unserer Homepage www.orgternitz.at Das Borg Ternitz freut sich auf dich!